Hey Leute und willkommen zu einer weiteren, äh zu einer weiteren genau, zu einer Runde TFT und heute nicht alleine, sondern mit dem Jonas. Moin, wir sind groß. Ja, wir sind groß, tatsächlich. Wir haben schon letzte Runde, weil letzte Runde lief nicht so gut. Und wie findest du meine neue kleine Legende? Ja, das ist, äh, okay. Nice. Oh, der ist cool, den nehm ich. Sehr, sehr, sehr dankend an. Ich will's Hossera-Items. Okay, ja, das sind Tank-Items, tatsächlich. Ich hab drei Catelyns unten drin. Ey, was soll der Rotz? Ach, Mann, ey. Okay. Willst du Jepa auch aufs Hossera gehen? Nee, eigentlich nicht. Da hat sich nur so ergeben. Ja, die waren halt alle da. Oh, shit. Egal, Xin Zhao schon mal auf zwei. Äh, schon mal mit Warmox, meine ich. Das hat doch schon mal was. Das hat halt nicht. Nice. Ein Win ist da. Ein Win. Jetzt kommt die Winning-Streak. Oh, was haben wir hier? Nen TF. Den nehmen wir doch mal mit. So, ich möchte diese Winning-Streak sehr gerne aufrechterhalten. Weshalb ich gelevelt habe. Ach, komm, gehen wir das meinem Jace. Der kann damit schon was anfangen. Meinen, so. Ja. Äh, äh. Assassin's, beziehungsweise Infiltrator, heißt das ja hier. Nicht gut. Kha'Zix, bitte nicht töten. Scheiße. Komm, oh, noch. Jawohl. Ich glaube, es bringt trotzdem nichts, aber jawohl. Ja, doch, 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 doch. Das wird was. Jawohl, Jace hat mir den Arsch gerettet. Jace hat die Winning-Streak erhalten. Nice. So. Gucken wir mal, was hier was jetzt wird. Eine wunderschöne Ult. Ach, schade, dass der Mordor noch ulten konnte. Blastend. Oh, 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 oh. Huhu, hu, hu, hu. Hat mir die Kettlebeer den Arsch gerettet. Ne Lux und ne Annie. Beides würde ich nehmen. Den Azrael auch wegen der Trainer, die Nico auch. Ich habe genug Auswahl. Mal sehen, wer von uns beiden Feuer picken darf. Hm, schwierig. Nein, ich wollte die Lux. Da war ich zu fett. Ich dachte, sie wäre schon weg. Verdammt. Egal, die war ja ein schöneres Item. Ach, trotzdem ärgerlich. Na komm. Da werde ich hier nochmal um die Winning Streak aufzuhalten. Jetzt habe ich hier noch Krono. Das sieht doch hier schon noch was aus. Ja. Ich bin Zoe. Wie heißt du? Perfekt. Gut, das ist TF. Ne, das ist Zoe, ja. Ein Blitzcrank. So, Catelyn. Bitte ulten. Gut, oder auch nicht. Na gut. Es läuft gut. Es läuft auch bei dir gut, offensichtlich. Abwarten. Nicht den Abend vor dem Tag lohnen. Das war doch so, oder? Ja. Ja. Wird's dir ab am Ende Guardian Sniper basteln? Ist das etwa dein Plan? Ähm, maybe. Weiß ich noch nicht. Stell doch den Rakan... Oh, nö. Einer verliert. Ja, ja. Ich weiß. Stell doch den Rakan raus für die Ash. Oder ist dir das zu wenig tanky? Armin, er hat jetzt nochmal alle hochgeworfen. Ja, stimmt allerdings. Ich glaube Schaden habe ich gerade noch genug. Komm, 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 komm. Annie, 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 Annie. Ah, Mist. Ach, verdammt. Naja, ich werde die Catelyn dann bei Level 6 rausschmeißen. Wenn ich 4 Sorcerer reinstellen kann. Dann fliegt sie endgültig raus. Ey. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich hätte was echt gutes für dich bekommen. Ich habe einen Rakan und einen Shinjawa aus Geld bekommen. Wow. Mhm. Und eine Neko. Was? Ich kriege alles, was du brauchst. Ehrlich. Aus Geld. Ich brauche aber nicht auf Insel. Ah, nice. Äh, hier. Sag schon, was da geil in ist. Warte, hast du nicht so eine hohe Range? Ja, warte, warte. Dann kommst du noch da. So, aber was haben wir hier? Na toll, einen Morde mit... Ach du Scheiße. Ah, mit Dragon Claw. Boah. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Oh ja, nein. Das ist gar nicht gut. Kann meine Catelyn überhaupt ulten? Ja, toll. Die Leona, die sowieso schon fast tot ist. Autsch. Das war ein fetter Lose. Ach ne, als ob du 4er Guardian jetzt zusammen gebastelt hast. Yes. Das sieht nicht schön aus, Jonas. Beenden Sie dies, bitte. Er hat schon eine Kale hier einfach, der Dude. Ja. Die mich auch auseinander nimmt. Belastend. Ich hätte 2 getötet bekommen. Da hätte der verdammte, äh, hier... Ach das... Ich habe es heute mit Namen. Ehrlich. Ob es so Graves nicht geultet hat. Naja. Egal. Losing Streak hat weiter aufgebaut, nachdem ich den Winning Streak gehabt habe. Du hast verloren! Ja, gegen den... Gegen den habe ich auch verloren. Wieso bringt die 3 Gold nur? Eieieiei. Ja komm, ich schmeiß die jetzt schon raus. Komm, ich gehe früher auf mehr Gold. Dann stelle die Annie rein. Kann ich noch ein bisschen tanken. Holt. Holt. Danke. Holt. Oh Mann. Oh Gott, ey. Egal, picke ich jetzt 2. Hat auch was. Jetzt bei den 4er Units. Der Jace. Ich picke doch nicht früher, weil noch irgendjemand verloren hat. Och Mann, ey. Egal, lasst mir bitte den Jace. Ja... Ja, 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 ja. Komm, da sind... Nein, nein, nein. Mann. Äh, tschüss Ari. Ach komm. Wenn schon denn schon. Mann, ich hasse wie Zoe immer ultet. Sag mal, wen ultet die eigentlich immer? Bitte prozentual aktuell höchsten Leben? Wieso? Wer hat sich das... Wer hat sich das ausgedacht? Ja, dann habe ich ihn noch 2. 840 Schaden. Uiuiui. 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 Guten Tag. Das werde ich doch bestimmt auch wieder ziemlich hart verkacken. Nö, warum solltet ihr noch vorher sterben? Wäre ja langweilig. Ach, ist das bitter hier schon wieder, ey. Ehrlich. Ja, mal hin. Sterbt mit Ehre. Das war jetzt nicht grad so ehrenvoll. Kann doch nicht sein, dass ich den immer noch auf 1 hab. Aha. Worüber beschwerst du dich denn? Perfekt. Ach du Scheiße, ey. Darüber habe ich mich beschwert. Ach nee. Oh Gott, Alter. Du hast diese typische, diese eklige Kombo. Von der ich eigentlich dachte, dass sie nicht mehr gut sei. Aber sie scheint da noch was zu bringen. Vor allem du hast einen Gin auf der Bank, was mir auch noch mehr Sorgen macht. Ja, aber ich kann den grad nicht reinbringen. Echt? Bei dich Celestial. Na gut, das will ich. Bei dich jetzt noch nicht. Noch einen Gin. Ach, gehen wir die Pappe mal. Den nehmen wir auch mal. So. Rein mit der Lux. Nicht so klumpen. Stellen wir mal alle ein bisschen auseinander. Oh, der darf eigentlich nicht geguckt werden. Ja, mach mal so. Ne, das ist blöd auf dem. Das ist gut auf der Lux. Ja, ich geb's dir Lux. Dieses Item geb ich dir Lux. Und stell ich dir noch ganz nach hinten. Na gut. Komm, Ult bitte noch. Ult bitte noch. Ult bitte noch. Schade. Nichts mit Lux Ult. Autsch. Da war der Snipe. Nice, nice, nice. Tötet den Gin. Tötet den Gin. Danke. Ein Ravadons für den Valkos bitte. Danke. Ja, komm. Das ist eigentlich auch ein gutes Item für den Serat gewesen wäre. Für den Serat. Ach stimmt. Ich wollte die Lux umstellen. Wunderbare Ult Lux. Muss ich dir schon sagen. Könnte bitte den Graves töten. Danke. Komm, komm, komm. Der Ezreal raus. Danke. Oh Gott. Na gut. Das wird nichts. Weil der verdammte Mordecai ist überliebt. Ich hätte den ersten fast geschlagen, Jonas. Ach, ich seh es. Schade. Ja. Sehr schade tatsächlich. Meinen meine Leute auch mal ein bisschen hoch. Kriegen Lux hoch. Und eine Snipe noch hoch. Dann bin ich wunschlos glücklich. Oh, dann spiel ich gegen den ersten. Komm, du schlägst ihn. Du beendest, was ich angefangen habe. Äh. Doch, doch. Aha. Nice. Ich hab Hannibal besiegt. Hannibal? Ja. Und beendest du, was ich angefangen habe? Nee, absolut nicht. Ja, weil der Mordekaiser wieder alles wegtankt. Was? Die sind so langsam, meine Leute. Ja, meinst du vom Angreifen her? Ja. Ich krieg ihn niemals. Ich krieg ihn nie im Leben. Ich dachte, du bist in der dritten Rotation dann. Ja, in der dritten. Ach komm, es sind so schön viele Splatulas da. Nehmt euch einfach alle die Splatulas. Den willst du dann in den Zera oder was? Ja, klar. Ah. Hallo, vor allem mit Träne. Krieg ich niemals. Ah! Er ist weg. Er ist kaputt. Ach, get wrecked. Brauchst du den überhaupt, mein guter? Nö. Er braucht ihn halt echt nicht. Er hat so viele andere Sachen gebraucht. Vor allem das Item braucht er halt auch nicht. Belastend. Das ist noch eine Zendra. Komm, nehmen wir ihn mal. Vielleicht krieg ich ihn hier noch hoch. Nice. Lux auf 2. Endlich. Ari. Ach, er hat noch eine Poppy. Ja, hoffen wir mal, dass wir jetzt entweder noch eine Splatula kriegen oder irgendwas mit er noch anfangen können. Ach nein, nicht wieder dieser Yasu. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Na ja doch, aber das wird doch nichts. Außer die Lux ultet nochmal daneben. Das war der Typ, der nur den Steroid geklaut hat. Tja, dafür habe ich dich jetzt besiegt und schon bin ich wieder Dritter. Nice. Wir haben es auch wieder Hannibal besiegt. Hannibal, meine ich. Ja, ja. Oh. Oh. Noch eine Ari. Noch eine Lux. Noch eine Poppy. Verdammt, was nehme ich jetzt? Hm. Joa, das sind jetzt schwierige Entscheidungen. Das ist ja die Poppy. Komm mal, einen TF weg, ich will ihn ja eigentlich nicht haben. Jawoll. Jawoll. Button. Mal guck's dir an. Oha, Poppy 3. Ja, lecker schmecker. Ein Mekka Pilot. Ha. Sieh mal an. So was sieht man auch nicht alle Tage. Ja, mittlerweile nicht mehr. Autsch. Was hat mir grad so ein Damage gemacht? Ach, die verdammte Kaiser. Aaaaaah. Hohohoho. Sein Damage. Nice. Hey, der Erste hat zwischendurch mal verloren. Oh, das ist gut. Mhm. Ach, nicht schon wieder der Erste. Schmerzen. Was denn? Was denn? Als ob der Velcost die Miss Fortune getroffen hat und deswegen gestunt wurde. Ich glaub's auch. Was spielt der überhaupt, der Typ? Blaster. Aha. Endlich. Noch einen Velcost. Noch eine Ari. Komm ey. Eine Ari noch. Bitte. Hallo. Moin. Oh, ich guck mal. Oh. 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 Und so. Oh. Oh. hm keine unit die ich brauche aber ein paar andere sachen die lulu will was feines für dich nicht wahr? eeeh joa maybe aber der 6 auch die wollte ich eigentlich gar nicht, wollte ihre ja mir nehmen schön dass ich jetzt schon zum zweiten mal was falsches genommen habe in der runde ups tschüss Annie nice hab ich ari auch schon auf 3 oh komm die sind doch schon kritten mit Fähigkeiten wie unnötig was? passeln auf 3 brauche ich nicht haha wie unnötig haha nur wegen Celestia drinnen haha auf die hat seinen jazoo auf 3 bekommen ouch ouch komm velcos rette mich velcos hat mich gerettet obwohl ne die ari anscheinend hat die Fischhange gemacht nice die erste hat verloren sehr schön den endlust battle bei mir ja aufsichtlich und neul ich gewinne ja 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 oder ja ja doch ne alter was war das für ein crit frag mich nicht soweit ein jazoo der absolut als er ihn einfach geultet hat alter ja ja na ist doch klar mit den items endlich hat die sind noch mal ein level höher ey ein guardian angel ein scheiß item was soll ich damit ey tschüss lux ach des hilfestern ne ich geb's den serrat wenn ich ihn mal kriegen würde jawohl der gin ist gestorben sehr schön dein oftes ulken bringt dir auch nichts und ich hab mich gekickt ja ich auch nice top 5 schon mal oh der verkackt gegen den der und seinen jazoo der verkackt doch oder 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 doch der verkackt das echt nicht Junge was ist mit diesem jazoo los äh neis zwei zwei die beobachten eh komm hier so wicke rein wo la häm dich rein Ich will diesen verdammten. Genau. Diesen verdammten genau, wie man kennt's. Ach, das war gerade sein Geist. Jetzt habt ihr jetzt aber trotzdem zu mir dagegen gespielt. Dieser Mordekaiser. Ich krieg ein Schreikrampf. Das ist der einzige, der mit dem Game hält, ey. Ehrlich. Der wird gleich rausfliegen, der Filternbogen war. Der wird rausfliegen. Glaubst du? Ah, das ist nicht gut, was er hat eigentlich. Also ja, irgendwie schon, aber schwierig. Da ist er endlich. Ah, ich spiel gegen den Yasuo noch mal. No. Ah, ich spiel gegen den... Ja, sag schon. Mann, gegen den Meshapilot. Demolist. Ja, und er nimmt mich diesmal komplett. Aua. Ich hab den Yasuo. Echt? Ja. Oh, 5 HP. Ja, ich auch. Hm. Ja, ich hab meinen Sterrat endlich. Endlich. Alter. Nice, Alter. Wir haben echt wenig Leben, die Herrschaften hier unten. Was haben wir denn hier? Ja, doch. Ich hab ihn auf 3. Alter, ist das perfe... Oh mein Gott. Jawoll. Gib ihn mir, Spiel. Ah, no. Ja. Letzter Roll, Alter. Oh, shit. Während das jetzt schon... Huh. Nooo. Du, du, du. Ich mach das. Oh, lol. Velkos 3. Ari 3. Poppy 3. Komm, Velkos, komm schon. Enttäuscht mich jetzt nicht. Jawoll. Oh, oh. Ähm. Ist ja dann ein Problem, ne? Old noch, old noch, old noch, old noch. Jawoll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wuhuhu. Das war perfekt. Oh. Top 3. Ja, Top 3. Heiter. In der Meinung, ich kann ihn schlagen, aber mal sehen. War das knapp. Schön, dass sich die anderen beiden rausgeschmissen haben, die anderen beiden mit 5 Leben. Okay, okay, okay. Ich muss mal gucken, wie ihr steht. Ich muss den Velkos in der Mitte stehen lassen. Das geht nicht anders. Ich spiele gegen den Geist. Ne, ich spiele gegen den Geisten. Ich spiele gegen den Geisten. Ah, ich flicke raus. Meinst du? Ja, ich flicke raus. Oder? Ne. Damn. Er hat mich komplett genommen. Ne, gar nicht. Du machst ihn? Ja, klar. Hallo, Velkos. Easy. Er hat mich zerstört, Alter. Heißt, wenn ich jetzt einmal lucky bin und gegen dich gewinne, habe ich meine Geisten weggeworfen. Scheiße, scheiße. Ja, kann man ja auch noch mit. Ne, Nico. Nicos Hilfe. Den Serrat, den würde ich gerne noch hochkriegen. Ist ja was Cooles. Na gut, oder Trash. Warte mal, wo steht denn seine Truck-Kulose? Die Truck-Kulose steht da. Don't. Miss-Click. Oh, no. Oh, je. Okay. Na gut, 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 gut. Nicht gut. Ähm. Nicht gut. Dann muss ich aber los. Nicht gut. Nein, das klappt nicht. Ich bin raus. Oh, no. Diesmal hat es nicht funktioniert. Weil die Ash... Und er gewinnt gegen meinen Geist. Nein! Gott, du bist ja nur Level 7. Klar, du hast zwar einen, hier, einmal eine Fuel-Unit, aber trotzdem... Ich habe jetzt so viel gerollt für den Xen und so. Ja, ich meine, es reicht auch. Du hast ja ein gutes Team, aber... Oh, das war gut. Ja, die Miss Fortune hat ziemlich scheißgerührt. Das bringt trotzdem nichts. Egal. Ja, das verlierst du. So useless, man. Dieser Kassadin, den würde ich gerne irgendwas anderes austauschen. Keine Ahnung. So bad, hat er überhaupt... Ja, okay, kein Wunder, dass ich verliere mit der Jinx. Die Red Buff hat die Nightmarek einen kompletten Celestial-Buff. Das ist so ein dummer Buff. So, mal sehen, die Miss Fortune. Ja, diesmal wird sie besser. Autsch, 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 Autsch. Ja, schade, ey. Egal, komm, Zweiter und Dritter. Was? Ist doch nicht so schlimm. Mal sehen, du bist jetzt tot. Ja, jetzt bist du endgültig tot. Ja, nee, das war auch eine schöne Runde. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und tschüssi, bis zum nächsten Mal. Möchtest du noch tschüss sagen? Ah! Gut, er möchte natürlich sagen. Macht's gut.